naja naja wir sind ja zu dritt einer kann mich ja immer wieder beleben das finde ich von der fortnight zeit von tag und nacht so am liebsten nacht neue landen oh mein gott und dann zwei teams hier sind wir freuen uns drüber lande zack schlug der erste sechste kursiert so hören aufträger schon wüssten Also ein paar mit Kylian gemacht, ne? Ich hab vor allem ja alle Aufträger Ist ja, du hast diese Mammutpistole richtig stark, ne? Ja, ich weiß Ich zeig sie echt nicht passiert Ja, genau, Alter! Hallo? Hm, voll Wir sind unterwegs Ich bring dir auch was zum heilen mit Das wirst du ganz gut Ja, klar Ja Ich bin oft geschossen, hab ich ihm Ja, das ist fein Der erste jetzt, ne? Ich bin wohl gerne Wo bin ich gestorben? Ah, ich weiß es noch Warum? Ne Waffen Ich hab deine blaue MK in der Tasche Mk Mk Mh Ich hatte keine MK Dann hast du jetzt eine Okay Ich hatte mir die Pistole Revolver Mal hier Revolver meine ich Ja, ja, alles da danke Aber ich glaube, die hat markiert Ach, da hinten, okay Da so ungefähr Ja, ja, so müsste man gucken Da irgendwo auf den Hebel war das Mhm Und ich dachte, dass wir dein Das war das vom Gegner Ja Ja, kann ich ja nicht wissen Ich bin doch grad erst gekommen Als du da plack gemacht hast Da war mal eine Pistole Pistel Da hier, hier war der Busch Genau Ah, hier ist er Aha, aha Ich hoffe da auch Sehr gut Den brauche ich nicht Oh mein Gott Noch Oh, ei, ei Ich weiß nicht, ob die einer braucht Hm Geschafft waren Ja Das ist eine Aufgabe Da brauchst du dich Ich weiß nicht, ob da schon jemand ist Es haben wir brauchen Ich muss noch drei Behälter durchsuchen Mhm Ich weiß nicht, ob der ja noch steht Cool, wie viel der Bot getroffen hat Ich weiß nicht, ob der ja noch steht Ich weiß nicht Und Biko Ich hab was für dich Aber nee Noch nicht, es geht schon Hnt 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 Toon Hnt m Habe ich auch gefunden. Du weißt ja, die Mama ist wie so ein Messi, die schleppt einen Scheiß mit. Jojo. Jojo. Ja, die Bliczność. ich will was machen weil ich habe gerade gesehen dass sie von der busch ich brauche ein wuppet ich bin ein fahrender busch da bist du ein fahrender busch und gucken ich bin schon fast da ja sie ist halt nur nichts aber du bist ein fahrender busch also seine vornachteile mache ich dann auf jeden fall auch gar nicht nur weil ich darauf video machen oh mein gott davor sind gegner das muss mobil dass ich jetzt mal da stehen ich habe ein auto gefunden ja ich bin ja schon unterwegs schlimmer bin drin ein moment bitte ja schon bei mir da kann man laufen aber ich wollte hallo hallo auch so hallo so viel die auch mein gott das ist ein tolles auto nehm deinen Hähn ha? it's the police drop all your weapons mama? oh it's the police drop all your weapons hat er noch ein Schlüssel? what you want from me? Schlüssel? was willst du denn? die? ja die große, genau danke it's the police drop all your weapons ja natürlich ich hab dich auch lieb ich weiß überhaupt nicht was du von mir willst jetzt hab ich's nutzen komm ist egal aber nein ich muss ja diese Aufgabe machen schaden mit pistole es nur pistolen nenn ich kann die maschinenpistole ne ja hm scheiße ne du kannst auch eine normale pistole nehmen glaube ich ich meine ja weil da steht nur pistole ne oder mit dem revolver geht auch ja und das hier dass du die die Mammutpistole ich versuchte ich versuchte ich versuchte du kannst du kannst die maschinen also die Mammutpistole also die Mammutpistole du kannst auch mit der maschinenpistole du musst keine pistole nein nein du musst das du musst das du musst das Mammutdings sein die Mammutpistole oder normale Pistole die da liegt genau Mammut oder taktische genau nämlich erstmal diese billige plastikpistole hier aber warte mal war da nicht eine andere Pistole drin oh warte mal jetzt muss ich mal mal gucken ich meine da war eine Piste drin oh da war so eine Tankstelle muss man tanken gehen der Wagen ist mal leer hier 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 tanken mal bitte oh oh achso die sich jetzt ärgert die wurde mit einer grauen Pistole erschossen ah ok hast du getankt? ja ok hallo danke so reparieren wir haben wieder vorher getankt warte 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 oh nein ich hab den angeschossen ich bin auch einfach weg vorne ahja das ist das was ich mal reichen ja jetzt schiebt der auch nicht so einfach wegfahren jesss sehr schön hier ist nie irgendwas gewesen ne es brennt worden ja zerstöre Objekte während du in einem Fahrzeug bist na dann oh auch wir sind weg hier oh mein Gott Oh, da lag was ich gut. Oh mein Gott. Let mir Ruhe rennen. Ah, leckst du doch an deine Füße. So ist glaube ich noch jemand. So ist es vielleicht mal, äh, was auf dem Sinn ist, glaube ich. Guck mal, guck mal. Warum ist es ins Wasser reingekrabbelt, Mama? Damit ich mich umbringen. Ja, so können wir dich aber richtig wiederbeleben, du hättest du gerade sterben können, ne? Hat funktioniert. Ja, funktioniert aber nicht immer, solltest du nicht machen, ne? Ja, hat aber diesmal funktioniert. Ich kann doch nicht immer mit deinem Mutti. Meinst du, ist noch einer drinnen? Ich meine, er ist gerade einer. Ja, nein, werden wir gleich sehen. Tresor gegangen. Ne. FBI open up. FBI open up. Ne, ich bin gar nicht drin. Ah. Und nicht, freigeholt. Ich bin die Kohlen mitnehmen hier. Die Kohlen mitnehmen? Nein. Ich bin die. Ich bin die. Ich bin die. Ah, warte mal kurz. Nein, nicht saufen. Hör auf. Nicht. Hey. Oh, stehe ich jetzt nicht. Dankeschön. Oh, da oben ist einer. Guck mal, da oben ist einer. Hallo? Ey, küsst du da, ist auch einer. Und der sitzt ja auch nicht. Nö. Oh, da oben ist einer. Nö, nö, nö. Nö. So nicht. So nicht, mein Freund. Oh, die Rechnung hast du nicht mit denen hier gemacht. Du gehst dann Schaum mit Pistolen zu. Hm. Ja, hier lag irgendwo eine goldene. Achso, ich bin fertig. Hier, ganz meine nehmen. Hm. Oh, wir müssen beide erstmal langsam vom Acker machen hier. Ich hab schon wieder nur gelb und orange in meinem Invent. Ich find das richtig schön. Ich hab Lila und Mythe. Ich hab Lila und Mythe. Ich hab Lila und Mythe. Unsere Karre steht hier noch. Kadi Erde. Hm. Ich hab auch eine Kadi Erde. Angriff von hinten. Junge, ey. Ich war da allein mit Polen. Ich weiß nicht. Hallo. Hallo. Ja, mein Gott. Alter, von der Seite wieder. Thronenträger. Komm auf uns. Schnell. Oh mein Gott. Schafft ihr das? Ne. Ne, ne, ne. Schauen wir nicht. Okay. Okay. Na ja, gut. Let me be a hero. Let me be... Oh nein. Scheiße. Einwarte Tobiiiro, weil you have sterben müssen. The zoning has me dying. When you drinking, schlürfie in your door. You going will not on the sack. Dooooch. Then you have the spack making besser gemacht. Ja genau. Ich weiß ja, weil ich mein Katz geschmackscht hab. Seleven jetzt wieder bereit, oder was? Leven. Wir sind 10 Leute online. Wo sind 10 Leute online? Bei mir in Fortnite jetzt. Bei mir in Fortnite jetzt. Bei mir 5. Lustig. Abonnementenvorteile. Jetzt krieg ich das Fortnite Crew. Schön. Aber du bist doch doch nicht fertig. Ach Gott. Das war was anderes. Was ich für die gemacht hab. Zack. 2009. Wie wachs wieder. Hm. Was? Ach so. Ja. Ja. Hm. Nee hab er gesagt, ich mach nur alle 2 Monate. Fortnite Crew, so dass das immer passt, dass ich beide Skins krieg. Hm. Ich wüsst gar nicht was ich mit der ganze Zeit was machen soll. Äh. Ja. Ich weiß gar nicht was ich mit der ganze Zeit was machen soll. Ich weiß gar nicht was man kommen soll. Kann ich genug haben. Also meiner Tochter fällt da mit ne Menge ein was ich damit machen kann. Ja. Ja. Und auch. So eine mach ich noch und dann tripse ich mich. Wollst du nicht heute eigentlich nicht zocken Mama? Ja weil ich so Rückenpinne hatte und ich hab Tablette genommen. Was? Oh. Ibu lässt grüßen. Ich hab ja 52.000. Ich guck mal eben einmal. Ich grüß. Distanz zurücklegen mit Wildtieren. 200. Muss ich auch noch. 20.000. Hm. 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 Einfacher wärs mit der Pistole aber 2000 Schaden machen. Wo man gerade mal 480 hat. Da schaffst du nicht. Da schaffst du nicht in einer Runde. Ne. Na ist egal. Morgens auch noch ein Tag. Ja richtig. Muss ja nicht. Muss ja nicht. Also Frau Fennig mal ganz oder morgen. Wackelquatsch. Achja das ist Sophie. Der passt zu Sophie. Ja Wackelquatsch. Der Mode. Ich finde diesen Todenschütze ganz cool. Jaaaa. Es ist schlimm so ich könnte mir den holen. Aber ich will nicht. Ist so geil. Aber ich will. Der kostet 2000. Ich hab ja mal so geil. Ich finde der sieht aus wie heißt sie dieser komische Sänger da. Mit seinem komischen Wut den der immer auf hat von Anno Tuck und dem. Ja genau so sieht der aus. Oh Gott. Fuck Alter Udo Limberg ich hasse den ey. Oh ich finde den cool. So sieht der Skin aus. Oh ne. Der mit seinen Lippen alter Möööö. Udo Limberg. Ich verstehe den manchmal gar nicht. Ne ich weiß. Und der kann auch nicht singen. Quorum dazu. Wer ist auch dafür, dass die Coli Monster mal wieder reinkommen sollten? Ich. Ich hab mir erstmal. Aber eigentlich nicht. Wir sind zwei Geld wieder weg. Ich hab mir erstmal gerade 10 Euro aufgeladen für DVD hier. Für den Season Pass. Haha. Was hast du hier Papa? Ich hab 10 Euro aufgeladen für den Season Pass von DVD. Ja aber was ist denn bei einem Kiosk? Ja. Hab ich doch vorhin gesagt ich muss doch zum Kiosk. Ach der ist denn bei einem Kiosk. Ja nicht nur. Weil ich auch noch Zigaretten holen musste. Aber wo ich schon mal da habe hab ich gedacht. Okay dann kannst du gleich 10 Euro noch holen. Für den Season Pass. Ja. Habt ihr das auch noch mit den Veliziratoren Dingern jagen? Nein. Hab ich noch nicht. Da bin ich noch nicht. Ist dann. Ne. Du musst dann mit den Veliziratoren fertig haben glaube ich. Ah ne. Ja sehr. Ja. Wo hast du denn deine Level Quest Diene? Ich hab die auch nicht. Ich bin bei allem erst Phase 12 von 2. Ja ich meine deine äh was du da heute gemacht hast. Ohhhh. Das ist nicht auch ein Dimmel. Ja guck mal vielleicht kommen wir da ja vorbei. Ich glaube nicht. Das werde ich erleben. Boah ja. Ja naja. Ja naja. Dann noch mehr. Ich kann nur noch ein Aufgabengebiet. Hm. Was muss ich hier machen? Ja. Was muss ich hier machen? Ja. 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 Ja neun Schafzahn. Ich muss erstmal einen reiten. Haha. Ich kann grad sagen. Ich muss erstmal nur so 200 Meter reiten. Ja ich auch. Ähm. Ich muss Schafzahn. Ich höre schon. Ne nicht unbedingt einen Dino aber irgendeinen reit hier auf jeden Fall. Ja irgendwie will ich nicht. Da ich hab alles gefunden. Oh mein Gott. Ich wette ich finde jetzt die Schafzahn hoffentlich nicht einmal. Hier ist das Haus. Die Hebel ist genauso heilig wie die Hörböcke nicht. Hi! Tschüss. Hi. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. This is nice. Rot ist an einer Waffe markiert. Ich habe nur Alpha markiert. Die ist auch noch markiert. Ich brauche noch Behälter. Wir freuen uns auch noch Behälter, ich glaube nicht. Oh, da kommen wir da. Ja, hier unter mir im Haus sind welche. Ja. Spider-Grin, alter. Mägen. Zwei liegen schon. Ich habe mir Spider-Grin umgebrochen. Ich habe mir Spider-Grin umgebrochen. Oh meine, wie sonst kriegt man diese K... Scharfzahndruck wird noch irgendwann über Mars. Ich habe die Scharfzahn in der Tasche schon. Kann ich den weg geben. Wenn du irgendwo in meiner Nähe bist, kannst du dir die auch gerne abholen. Aber hier ist gerade ein bisschen äh... Aktionen. Ich bin noch der Tod. Ja? Ich bin noch der Tod, ja. Ja? Ich bin noch der Tod, ja. Das war meiner. Aber kannst du haben, ich bin schon fertig mit der Aufgabe. Hallo? Ja, ja. Ja, wenn du fertig bist, dann muss ich mir den. Dino! Dino, wo rennst du hin? Dino! Klaut ihn mir einfach mein Dino! Nein, nein. Das geht gar nicht mehr, wenn ihr den schon genommen habt. Dann kann ich dir mal keinen Schaden machen. Jetzt muss so drei Dinos suchen. Boah, da muss ich mir einen eigenen Dino sammeln. Ich muss ja nur drei Minuten und 200 Meter reiten damit. Mehr muss ich doch nicht machen, ne? Ja, ja, ja. Äh, Jage für Veliziraptoren mit der Scharfzahn-Schrotflinte. Ja. Tut mir leid, habe ich gerade abgegeben. Habe ich nicht mehr. Wo findet man eine Scharfzahn-Schrotflinte? Wie sieht die überhaupt aus? Wie sieht die überhaupt aus? Das ist die neue, alte Pamp da. Dieser Kaffpamp. Mit vier Schrotflinte. Ja, die Hebel-Schrotflinte habe ich. Nein, 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 die ist es nicht. Die heißt irgendwie Zahn... Ach, keine Ahnung. Scharfzahn. Ich habe die gerade in grün gefunden. Wie mit vier Schrotflinte. Hä? Hab ich die noch gar nicht gesehen, oder was? Ich kenne die nicht. Ach, das habe ich auch schon gesehen. Ach, wo bist du? Du rennst hier rum, ich habe dich gehört. Da oben. Ach, ich höre dich mal ab da. Wo bist du? Hier ist eine. Ah nee, das ist eine Hebel. Entschuldigung. Falsch. Ich habe einen Gegner gesehen. Ein Gegner, komm mal her. Ich muss dich töten. Hm. Nee, bei der Ollen kann man, äh... Schiffe kaufen. Nein, nicht verfehlen. Nicht verfehlen. Nicht verfehlen. Yes. Ich habe nur noch einen Schuss damit. Trice. Was denn? Bruch Sniper-Munition. Kann nicht gegeben. Ich habe. Ich kann mir zwar nicht viel geben, aber ich habe was. Ich komme mal wieder in eure Richtung. Weil hier war irgendwo ein Dino, aber irgendwie finde ich die... Blödsinn nicht. Kannst du meinen Dino haben? Ja. Ja. Ich muss mal gucken, ob das mit der Aufgabe passt. Warte mal, ich gucke mal, ob ich hier vielleicht noch mal eine Hebel... Ach so, du wolltest es einfach nehmen, ne? Ja. Ja. Nee, habe ich leider nicht. Brauchte ich mich. Also, ich habe noch was, aber ich brauche ja auch noch was. Hast du die Scharfzeitflinkel? Ja. 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 Hast du fertig? Nee. Ich war nicht mal einen. Du musst, was musst du denn töten? Drei Dinos. Ach, die Dinos. Ach, die Dinos. Ach, die Scheiße. Ich höre hier irgendwie. Ja, ich auch. Hab auch angehört. Ja, das ist wahrscheinlich der, wo ich drauf bin, oder? Nee. Wir müssen ihn wieder haben, die, ne? Wir müssen ihn wieder haben, die, ne? Wir müssen ihn hier. Da ist er. Ja. Ja. Nein, reiß ihn dran! Ach, die Scheiße. Wie, wie Schüsse brust... Oh, nein! Oh, nee, weh in... Ich hab, ich... Ich hab den angerassen. Was passiert, wenn man die Eier so kaputt macht? Schlüpfen wir dann auch? Warte, ich hab nen Trick. Ich hab nen Trick, wie der wieder wild wird. Oh Gott, ich kann schießen. Weil der schlägt. Ja, sobald der wieder, äh, aufsteht, kommt zu den Szenen. Kann man hier nicht einfach anschießen? Nein. Die sind gezähmt, Mama. Wie soll das denn dann gehen? Ach, was weiß denn? Ich hätte ja sein können, dass es trotzdem geht. Entschuldigen Sie mich, Junge frei. Nur angemeckert werden. Hast du jetzt mitgekriegt? Ja, ja. Schlimm. Hier, bei der kann man Schlügel kaufen nochmal, ne? Also jetzt in dem Fall, dass dann jemand ist. Los. Los, die, du Chris. Geht doch. Oh, zwei, eins. Und nein. Guck mal hier. Ah, ne, auch mal hier. Also. Hey, allein. Aber am letzten Schlützel. Schlutzal. Schlutzal. What the hell? He he. Wer ist nicht da? Hä? Ich wollte sagen, da waren irgendwo Gegner. Ah, hab sie empfunden. Geht da hin. Puscheln. Versteckt. Puscheln. 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 Oh mein Gott. Da sind die Augen geflogen. Oh mein Gott. Da sind die Augen geflogen. Jungen, jungen. Entschuldigung. Oh. Ähm. Brauchst du oder brauchst du nicht? Würde ich gerne mitnehmen. Oder? Ich wollte noch nicht los. Warte mal. Hm. Komm, wir können ja einer von euch mal hier den Dino nehmen. Ich muss gucken, ob die Förster den Pistolen fertig kriegt. Dann einer von euch gleich mal hier den Dino. Ich gehe diesen Dino nehmen. Ja. Weil danach kann ich mir auf den Dorf helfen. Mein anderer, der gerade meiner ist, ist dann sauer. Bist du jetzt fertig, Levin? Ne. Ne? Okay. Digga, was versucht du? Ist jetzt hier so gestorben? Keine Ahnung. Komm da an. Soll ich auch noch dazu rücken. Boah, ich hab' nur noch dreimal Schafen. Das ist nicht gut. Fünf. Ne, den brauchst du. Wie viel brauchst du noch? Zwei. Boah. Ich weiß nicht wieso, aber mein anderer Dino ist gerade gestorben. Das ist schon voll. Hm. Der Dino hat ja den angeschaffen. Komm rein. In welcher Welt haben wir nicht? Das ist ein Kibis. In dieser. Das waren die noch hin da. Hallo, herzlich willkommen beim Stream. Da oben gibt es irgendwo Schlüssel. Da muss ich mir machen. Schlüsseltisch ist bei mir verkehrt. Da bist du noch besser hier. Komm. Guck mal, die hat. Hm? Ich hab' gerade Handschuhe gefunden. Oh, eh keine Sau. Oh. 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 Oh, Zone. Oh, die Scheißfaktzone, ey. Ah, ah. Hat's ja voll gelohnt. Ah, ha. Hat mir ja nichts gekostet. Ja, ja. Oh, ab, ey. Oh, lol. Hallo, herzlich willkommen beim Stream. Was man nicht so alles findet. Cool. Von einer von euch hier mal eben den Pino nehmen? Ja. Ja, komm hier hin. Das ist ein Ei. Ach so. Ja, wir müssen zu nehmen. Der kann ja schlecht das Ei auf den Arm nehmen, oder? Naja. So, warte, ich kann den noch selber schlippen lassen und dann... Hallo, Heil Jippe. Nächstes wurde in die Torben gekommen. Ich habe ihn jetzt gecheckt. Jetzt haben du zwei, ne? Mhm. Danke schön, Jippe. Danke. Wie willst, kannst du ja auch mal dort vorbeischauen. Ich bin. Mhm. Mhm. Hm. Dankeschön. Dankeschön. Meine goldene Hebe. Feilig. Ich liebe die Luft. Hm. Hab 6 Schuss. Ich schießt eigentlich relativ schnell auch. Hier liegt noch Pump-Munition, wenn jemand braucht. Also hier, da, wo die Trommel ist. Ja, ich spiele eigentlich mit allen Trott finden gerne, außer mit der Schafzahn und der Obrach. Äh, Lina? Ja. Brauchst du, äh, kleine Munition? Äh, komm, wir sind gut von oben. So, warte, ich hab noch mehr. Kann es sein, dass sie automatisch den Expertenstück entfernt haben? Ja, haben die, haben die, haben die. Ja. Oh, ob sie den entfernt? Okay. Ja, ja. Ist rausgegangen für die Hebel. Ah, ja, okay. So, ich hab, ich hab die, diese, die sind eigentlich eh nicht gespielt. Oh. So, jetzt fände ich eine Schafzahn, so finde ich, wenn ich sie nicht mehr brauche. Mal. Kann ich hier nicht, kann ich den einen Dino hier nicht mehr schießen? Hier ist noch einer. Ja. Und gleich fertig, aber. Ach, die ist das? Ach, die ist das? Ist ja nicht schlimm. Ach, die ist das? Ach, die ist das? Ach, die ist das? Ja. Ich glaub's dann. Die, ja, okay. Die, ja, okay. Die findet man ja eigentlich, eigentlich häufiger normalerweise. Ja, aber zudem ist, wenn die auch nicht, wenn einer hier auch findet, die nur einmal im ganzen Match. Ja, ja, gut. So. Hier nicht auch noch Munition pump, wenn einer braucht, ich kann wie gesagt nichts mehr aufnehmen. Oh nein. Da wurde rebooted. Toll. Oh. So, ich brauch noch Knappel und du nach Schorn mit Person. Oh. Oh. Oh, ist die nicht. Sehr gut. Der ist platt. Dezent, ne? Dezent, ne? Digga, die Gegner haben auch die gewünschen Doppel. Bö, das ist so ein hässlicher Skin davon. Ja. Hier ist, äh, Doffi. Hä? Doffi! Hi, was machst du denn hier? Na, Dino hat Doffi gekriegt. Oh. 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 Viel Schuss hat der Vieh, der muss ja gar nicht nachfragen. Hm. Ne, 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 ne. Mit dem Jagdgewehr. Das kannst du durchballern. Hm. Ach, Mann. Geil, wie ich alle meine Waffen Gold habe, außer meine, äh, meine komische Mammutpistole, die ist grau. Und ich hab keine Heilung dabei, ne? Ja, ne, 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 ne. Ne, 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 ne hier ich wollte mich gerade heim weil ich nur noch 65 ich wollte mich gerade waschen aber denkt dran übermorgen ist das sonntag einmal im jahr wochenende meine ich ja ja